Die drei Musketiere von 1973 mit Richard Chamberlain und auch Oliver Reed feiern dieses Jahr 50-jähriges Jubiläum und passend dazu haben wir hier bei Amazon.com zwei 4K Ultra HD Auswertungen und zwar vom ersten Teil und dann auch vom zweiten Teil. Beide Teile wurden in 4K restauriert und mit HDR versehen und beide werden dann auch bei uns in Deutschland erscheinen und zwar in einem schicken Double Pack und da haben wir dann auch jetzt endlich das finale Cover Motiv gelistet bei Amazon.com. Mitte, Ende April soll das Ganze dann bei uns released werden. Schade ist, dass es keine HD Auswertung zumindest bis jetzt noch nicht gibt von die drei Musketiere von 1993 und das würde sich ja anbieten, weil wir ja dieses Jahr auch ein 30-jähriges Jubiläum hier hätten. Der Film mit unter anderem Oliver Platt, dann auch Tim Curry, dann haben wir noch Charlie Sheen, Kiefer Sutherland dabei. Ein richtig toller Streifen, auch wieder mit einem tollen Soundtrack, aber da haben wir leider in Deutschland noch keine Blu-Ray. Die gibt es in Amerika, erschienen zum 25-jährigen Jubiläum, aber wir sehen es hier oben. Die Rechte liegen bei Disney und das wird schwierig. Wer dennoch eine Blu-Ray-Alternative sucht, den seien vielleicht die Sex-Abenteuer der drei Musketiere hier aus der New Ingrid Steger Collection. Gucken wir uns mal die neuesten Steelbook-Ankündigungen an und da hätten wir in Deutschland dann Knock at the Cabin und hier haben wir beim Mediamarkt ein Standard-Steelbook, also ohne 4K, gelistet und zwar zum 31.12. Das dürfte ein Platzhalter sein. Preislich sind wir hier bei 25,99. Ganz schön happig für einen Standard-Steelbook, das jetzt auch nicht das allercoolste Design hat. Ja, es ist zwar ganz cool hier oben mit der Hand, wo sich eben die vier Reiter der Apokalypse abzeichnen sozusagen, aber gucken wir mal zu Zavi, wo man sich eben dieses Gesamtkonzept angucken kann und auch den Innenprint, dann muss man schon sagen, da wäre definitiv mehr drin gewesen. Mir persönlich hat der Film ganz gut gefallen. Eine Review zum Film habe ich schon verfasst auf meinem Kanal. Falls es euch interessiert, einfach mal bei den Filmkritiken bei mir in der Playlist vorbeischauen. Dann hätten wir noch Creed 3, Rockies Legacy hier im 4K Ultra HD plus Blu-ray Steelbook, ebenfalls angekündigt beim Mediamarkt in Deutschland. Auch da ist das Datum noch ein Platzhalter. Preislich sind wir hier 42,99, also bei 42,99 Euro. Der Film läuft ja gerade in den Kinos an. Die einen sagen, boah, ohne Rocky taugt das gar nichts. Die anderen sagen, doch, Creed kann auch ohne Rocky. Also hier scheiden sich mal wieder die Geister. Welches Steelbook-Artwork wir bekommen werden, das ist leider noch nicht bekannt. Es gab ja im Ausland im Vorfeld hier schon die ein oder andere Listung. Hier Best Buy und auch Zavi ein Steelbook gelistet und dann hier nebendran haben wir ein Steelbook von Amazon Frankreich. Da stand aber dran, dass das Cover-Artwork noch nicht final ist. Also lassen wir uns mal überraschen, was uns dann hier in Deutschland mit Creed 3 für ein Cover-Motiv erwarten wird. Dann haben wir noch Everything, Everywhere, All at Once. Ein Film, der insgesamt elf Oscar-Nominierungen bekommen hat. Und wir dürfen gespannt sein, wie viele er davon abräumen wird. Da ist im letzten Jahr bereits ein 4K-Ultra-HD plus Blu-Ray, ja, DigiBook-Mini-Media-Book erschienen. Ihr kennt ja die Mediabooks von Leo9 und passend dazu, jetzt eben zu den Oscars, gibt es eine Listung im 4K-Ultra-HD plus Blu-Ray, Steelbook, Amazon exklusiv. Und hier sehen wir nochmal die Oscar-Nominierungen, die muss man hier natürlich ganz fett drauf klatschen. Viel mehr Bilder gibt es hier bei Amazon.com leider nicht, aber die gibt es bei Amazon Frankreich. Da ist das Ganze schon mal erschienen und das französische Steelbook ist auch bei uns in Deutschland hier gelistet. Und da können wir einen Blick drauf werfen. Richtig bunt, passend zum Film, auch die Discs hier drauf. Also schaut nicht schlecht aus. Erscheinen soll das Ganze dann zum 7. April, wie wir hier bei Amazon lesen können. Weiter geht es mit Dragon Ball Super Superhero The Movie. Hier sind dann auch endlich ein paar erste Vorschaubilder gelistet und zwar von der Limited Collectors Edition. Das ist ja die Keepcase-Variante in einem Schuber mit ein paar Artcards und einem Poster mit dazu. Und dann haben wir hier auch ein Vorab-Cover. Wir dürfen aber davon ausgehen, dass das Ganze schon so gut wie final ist vom Steelbook. Das ist, falls ihr euch das Ganze bestellen wollt, auch bei JPC gelistet, allerdings ohne Vorschaubild. Dort jedoch 2 Euro günstiger. Also in diesen Zeiten muss man gucken, wo man sparen kann. Ab 20 Euro sowieso versandkostenfrei bei JPC. Die bessere Alternative jetzt zu Amazon, wenn man nicht Prime-Kunde ist. Weiter geht es dann mit Weird Al Jankovic. Hier haben wir die parodistische, was ein schweres Wort, Biografie zum Parodisten Weird Al Jankovic. Also das wird völlig durchgeknallt. In der Hauptrolle haben wir dann hier Daniel Radcliffe. Der sieht auch perfekt aus, wie ich finde. Und das Ganze wurde dann schon im letzten Jahr für den Streaming-Dienst oder auf dem Streaming-Kanal Roku-Channel veröffentlicht im November und erscheint jetzt bei uns zum 26. Mai 2023 auf Blu-Ray-Disc. Wer einen Film UHF-Sender mit beschränkter Hoffnung noch nicht kennt, der sollte ihn sich unbedingt mal angucken. Absolute Lachflash-Garantie. Das garantiere ich euch. Mega, mega lustig. Hier ist ja mal ein Mediabook von Capelight Pictures erschienen, das jetzt zumindest bei Amazon nur noch zu Mondpreisen zu haben ist. Also völlig durchgeknallt. Ihr könnt euch das Ganze aber auch natürlich mal streamen. kommt wesentlich günstiger raus und zum Einmal angucken und zum Lachen reicht das dann natürlich auch vollkommen aus. Wir machen weiter mit Access und zwar Blackwater Teil 1 und 2 erscheint hier zum 31.03. im wattierten und am Titel geprägten Mediabook. Preislich sind wir hier so bei 43 Euro im BMV-Medienshop. Wir bekommen dann auch noch ein Booklet spendiert mit 28 Seiten und einem Textinhalt, geschrieben von Christoph N. Kellerbach und Thorsten Hanisch. Zeitgleich erscheint auch noch die Spionage Trashperle SAS Melko in drei verschiedenen Mediabook-Editionen als weltweite HD-Premiere. Wir bekommen ein 20-seitiges Booklet mit Thorsten Hanisch und einem witzigen Audiokommentar spendiert. Hier sind wir im BMV-Medienshop, können uns dann auch noch Cover-Variante C etwas genauer angucken. Wir haben noch Extras wie einen Audiokommentar, den ich vorhin schon erwähnt habe, Presseheft, Kinoaushang und Extended Scenes. Weiter geht es dann mit Helden USA in vier verschiedenen Mediabook-Cover-Varianten. Die erscheinen ebenfalls dann zum 31.03.2023. Hier haben wir dann auch noch Cover-Variante D. Preislich sind wir hier ebenfalls so bei 33 Euro. Auch das ist dann eine HD-Premiere, zumindest in Deutschland und beinhaltet ein 20-seitiges Booklet von Mike Blankenborg. Wir haben zu guter Letzt hier dann noch ein paar Sonderaktionen, ein paar Rabatte, ein paar Schnäppchen. 3 für 2 Sparpaket gibt es hier bei Amazon.de zum Start von Scream. Da haben wir hier dann einige Filme, Horrorfilme und da kann man dann seine Sammlung etwas aufstocken. Ist jetzt nicht das allerbeste Angebot, aber wollte ich euch selbstverständlich nicht vorenthalten. Es gibt auch noch ein paar 4K-Ultra-HD-Angebote hier, die in diese Aktion mit reinfallen. Das Gleiche gibt es dann auch bei Amazon Frankreich. Hier haben wir allerdings ein paar Star Wars-Veröffentlichungen, außerdem noch Elvis. Mit den Tonspuren müsst ihr hier halt mal gucken, am besten bei Blu-Ray-Disc.de nachschauen, dann habt ihr das auf jeden Fall safe. Und zu guter Letzt haben wir dann ebenfalls noch eine 4K-Ultra-HD-Aktion bei Amazon UK. Auch hier gibt es dann vergünstigt ein paar 4K-Ultra-HD-Scheiben. Allerdings sind die Preise hier angegeben in Pfund, da muss man dann noch ein wenig umrechnen. In diesem Sinne soll es das gewesen sein mit der heutigen Ausgabe Blu-Ray-News. Ich bedanke mich fürs Zugucken, auf bald meine Freunde und Servus.